Steinborg 305 Dieser 13 Liter Backofen ist ideal für Studenten oder Menschen mit sehr kleinen Wohnungen. Er kann aber auch sehr gut in einem Wohnmobil oder auf dem Festival genutzt werden. Er hat eine Leistung von 1200 Watt, was für seine Größe recht ordentlich ist. Der Ofen verfügt über ein aufklappbares Krümelblech, kann bis zu 230 Grad erhitzt werden und verfügt über eine praktische Timer-Funktion. Der Ofen ist zwar nicht groß genug für eine ganze Pizza, aber mit dem kleinsten Pizzablech passt jeweils eine Hälfte in den Ofen, was ebenfalls in Ordnung ist. Der Ofen spart dafür sehr viel Platz und passt nahezu überall hin. Er ist außerdem relativ gut isoliert, sodass er von unten nicht zu heiß wird und dadurch fast überall hingestellt werden kann. Der Ofen ist außerdem solide verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017